Halli Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Tuckit Vulkan mit dem Sammy. Ja, wir haben letztes Mal das Feld eigentlich soweit fertig gemacht. Jetzt müssen wir es bloß noch an System anschließen und an Strom anschließen, wobei wir es eigentlich an Strom schon fast anschließen könnten. Aber ja, wobei doch so über so ein Solar Panel Array, whatever gedöhnt, können wir das eigentlich hier hinten holen irgendwo. Wir haben uns hier unten so kleine Stromgeneratorhäuschen bauen oder sowas. Ja, je nachdem, die Kischdeck können wir dann auch weg tun, weil ja, die ist für uns auch nicht mehr relevant. Da hat uns ein Creeper ein bisschen Loch reingesprengt. Ich muss mal schauen, wie mache ich denn das jetzt hier? Genau. Also, wir müssen von hier weiter zum ME-System und jetzt schauen wir mal, wenn wir drin sind, wie wir da am geschicktesten hinkommen. Weil wir haben ja hier eigentlich schon, hier haben wir ja schon einen Anschluss und das sind wir ja eigentlich schon relativ gut am Ding dran. Wenn man jetzt hier den Raum nehmen, die Barrels, die sind eigentlich auch nicht mehr wirklich relevant. Ausschlaggebend, jetzt schaue ich mal, wo auf der Höhe vom Kabel ich bin. Obala. Ah, oh, habe ich hier noch ein Loch drin? Oh, tatsächlich. Wusste ich ja gar nicht. Ähm, genau. Aber da bin ich ja eigentlich ein bisschen am Wasserfall dran. Das heißt, ich werde mich mal hier... Oh, war das das schlau? Ah, das war nicht schlimm. Ne? Das war nur die... Boah. Dann bin ich mal hier raus. War nur die Fackel, hoffe ich. Dann bin ich mal hier am Ding entlang arbeiten. Hier. Genau. Und dann werde ich hier so. Und dann gehen wir hier mal weiter. Gucken wir mal, wo wir da landen. Kommen wir da an den Barrels vorbei. Das sieht gut aus. Oh, da bin ich jetzt schon an der Luft. Okay, da müssen wir ein bisschen tiefer gehen wieder. So wie es aussieht. Von da unten kommt. Gehen wir da hier runter wieder oder gehen wir unten einfach rüber. Ich weiß nicht, was es schöner ist. Weil... Eigentlich müssen wir da hin. Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe habe ich denn das? Ähm... Hast du schon noch ein Stück runter? Dann gehen wir mal hier einen Tick runter. Ich glaube, mal so werde ich es mal probieren. Ich muss ja immer zwei machen. Damit... Ah, okay. Oh, sogar noch eins tiefer. In dem Fall machen wir es so. So, 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 so. Und jetzt möchte ich... Eigentlich alles klar. Hier ist immer. Ja, dann gehen wir hier eins runter. Gehen wir hier eins im Boden rein. Ja. Machen wir es so. So, 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 so. Und so. Und da habe ich jetzt keinen Stein mehr. Habe ich noch ein bisschen Basalt. Ne, ich habe nur fertig, nicht fertig verarbeitet und Basalt. Ich glaube aber, da werde ich einfach das hier so machen. Die zwei hier rein und mir hier den Basalt rausnehmen. So, so, so und so. Reichen, reichen 64? Erstmal für eine Weile dürfte das eigentlich reichen, um hier wieder die Löcher zu stopfen. Ja, hier auf jeden Fall. Soweit wie möglich. Dann kommt hier noch eine Schicht hin. Also, das heißt wieder schlau. So, so. Erstmal müssen wir ja das Ganze noch verbinden. Das ME-System. Mhm. So. Und dann werde ich das hier auch zu machen. So. Dann machen wir hier zu. Oh, das war jetzt wieder eins zu weit. Oh, krass. Da bin ich ja gerade so am Ding gewesen. Und hier mache ich jetzt auch wieder zu. Wow. Ein bisschen zu schnell hier das Ganze. Hier kann man auch zu machen. Da könnte ich eigentlich auch mal zu machen. So. Ne? Jetzt sind wir wieder so wie wir mal waren. Eigentlich könnte ich hier ja auch zu machen. So, vom Ding her. Ich brauche hier ja eigentlich nix. So. Die Badbox kann ich auch ein bisschen verstecken. Und dann passt das hier. So. Ja, jetzt braucht die ganze Maschinerie dahinten. Eigentlich bloß noch Strom und Seeds. Und dann dürfte das Ganze eigentlich auch schon vonstatten gehen, wenn ich mich nicht täusche. Oder? So vom Ding her. Mal schauen. Ähm, die hier. Ja, die haben schon welches. Die haben jetzt bloß noch keinen Strom. Genau. Und den Strom. Also dann hier. Tue ich ja schon mal hier noch ein bisschen zu machen. Weil das kann ich eigentlich auch lassen. Muss ich hier auch noch. Soll ich da auch noch ein bisschen was zu machen? So vielleicht. So. 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 Und so. Und dann kann ich hier noch zu machen. Und hier. Und dann mache ich hier noch zu. Oh, krass. Ist schon wieder der ganze Basalt weg. Hm. Brauche ich doch noch ein bisschen mehr. In dem Fall. Ich bräuchte langsam was zu essen. Aber ich müsste ja eigentlich. Apples müsste ich ja haben. Genau. So. Und. Basalt habe ich auch noch. Und dann hier nehme ich mal raus. So. Hm. Das müsste ja eigentlich reichen. Hoffe ich doch. Wobei ich will ja oben die. Die auch noch ein bisschen verstecken. Die Teile hier. Das heißt, da müsste ich ja auch noch. Bisschen. Ein bisschen zu machen. So will ich das Ganze nämlich haben. Das heißt, hier werde ich das Ganze so machen. So. 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 Wir müssen schauen. Hier. 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 Hier und da. Da und da. Und da. Da und da und da und da. Und hier und da und da und da und hier. Und das Ganze ein bisschen natürlich wirken lassen. So. So. Ja. Ja. Ich glaube gar nicht schlecht. Hm. Das könnte ich hier schon den Dirt drauf machen. Dann hier. Dann hier. Hoppala. Na. Hier. Und. Na. Hier. So. Und jetzt möchte ich eigentlich bloß noch. Mache ich mir hier einfach so ein Solarpanel rein. Fünf Kabel habe ich hier noch. So. Hier so rum. Mache ich es da hinten ins Eck. So. Hier vielleicht. So. 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 Und so. Genau. Jetzt ist das Ganze nämlich connected. Und jetzt mache ich hier noch ein bisschen Baschalt wieder drüber. Und. So. Das Ganze sieht gut aus. Und jetzt. Wenn wir uns dann mal schlafen legen. Müsste die ganze Geschichte rein theoretisch jetzt laufen. Schauen wir mal. Da passiert was. Also hier funkt. Ah nein. Die Upgrades. Die Upgrades habe ich vergessen. Hm. Ja. Aber das ist jetzt natürlich nur so. Das Upgrade. Es ist jetzt drei. Das heißt ich brauche noch eins. Zwei. Plus drei. Brauche ich glaube ich. Ähm. Upgrade. Ähm. Nicht upgrade. 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 Plus fünf. Plus vier. Eins. Zwei. Drei. Zinn. Zinn. Raw Plastic. Und diese Goldding. Und dann so. Ich hoffe das sind die richtigen. Wobei eins. Eigentlich bräuchte ich bloß. Plus zwei glaube ich. Bin mir da nicht ganz sicher. Aber gut. Das macht auch nix. Ähm. Gold. Nuggets. Ähm. 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 Raw. Raw Plastic. Dann war es Zinn. Und dann war es noch Redstone. Redstone. Korrekt? Ne. Fast. Okay. Ähm. Okay. Einfach andersrum. So. Und so. Genau. Eins. Zwei. Lassen wir mal drin. Wer weiß. Ob ich die nicht nochmal brauche. So. Wo war das jetzt? Das war hier. Das heißt. Ähm. Einmal rein. Ne. Geh nicht da rein. Hier rein. Und dann kommt hier direkt wieder ein Dörd drauf. Und dann war es das hier. Dann kommt das hier hier rein. Auch nochmal ein Dörd drauf. Dann war es hier. Dann kommt auch hier rein. Auch ein Dörd drauf. Und hier. So. Ähm. Und da kommt auch eins rein. Jetzt habe ich noch vier. Und das passt. Genau. So. Und jetzt muss ich nochmal schauen. Wie war das jetzt dann? Dann war es hier. Ich glaube hier mache ich ja Alex Schwind. Pascht auf. Und dann hole ich mir die Upgrades rein. Und das da. Das da. Und der war hier. Genau. Dann einmal ein Upgrade hier rein. Dann ein Upgrade hier rein. Ein Upgrade hier rein. Und ein Upgrade hier rein. Also so. Reicht das jetzt euch? 3. 1. 2. 3. Ja. Doch. Da hinten ging was weg. Ja. Genau. Das sieht gut aus. Das heißt. Das kann ich wieder zu machen. Das kann ich zu machen. Das kann ich zu machen. Und. Das hier kann ich auch zu machen. Hm. Ich glaube das hier mache ich so. Das sieht mir ein bisschen. Hübscher aus. so. Ja. Ja. Wunderbar. Und jetzt muss ich mich nie wieder groß um die Geschichte hier kümmern. Jetzt kann ich mir noch meine Brote automatisch backen lassen. Und dann habe ich hier eine Großbäckerei im eigenen Stil. Beziehungsweise Brot. Eigentlich kann ich, eigentlich kann ich es mir, ach ne. Achso. Mit dem Autocrafting doch Brot. Ne. Wie war denn das? Ähm. Genau. Genau das war. Ha. Genau das war doch hier unten. Das kann ich ja eigentlich hier machen. Ähm. Ich kann Weizen nehmen. Genau. Mal hier unten. Hier hinten. Was weiß ich. Welches Nehmer. Sind die connected? Ja. Die sind schon connected. Hm. Ja. Das ist eigentlich noch frei. Die Straße hier. Ne. Dann könnte ich ja. Hm. Ne. Da mache ich jetzt einfach. Einfaches Weizen. So. Das gibt nämlich Brot. Und dann sage ich du. Wenn. Einen Moment. So. Wenn. Gib mir mal eins. Und so. Wenn es von dem weniger als. Keine Ahnung. Als 128. Ihr mit. Wenn Level are above. When limit are below. Und du tust das hier exportieren. Always. Active without. Active with redstone signal. Du tust das. Autographen. Ne. Das ist der Import Bus. Genau. Denn hier muss ich drehen. Nämlich auf den unteren. So. Du tust das importieren. Und zwar. Äh. Ne. Hier nicht. Achso. Ne. Wart mal. Ähm. Der hier. Genau. Der holt die raus. Und der holt Brot hier raus. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Achso. Ja doch. Eigentlich kann der immer aktiv sein. Always active. Sind die nämlich auch. Genau. Und du tust es hier importieren. Wenn. Wenn wir. Active without. Active with signal. Active with signal. Genau. Und sobald ich genügend Brote habe. Tust du nichts mehr importieren. Und ich habe genügend Brote. Genau. So sieht es nämlich aus. So. Das heißt. Jetzt habe ich auch automatisch Brot. Und zwar so viel Brot. Wie ich haben kann. Will. Werde. Bühne. Jetzt tun wir das hier rein. Und gucken wir mal. Brot. 24. Jetzt tun wir das hier mal rein. Und dann gucken wir mal. Genau. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Alles klar. In dem Fall habe ich jetzt auch. Mehr als genügend Brot. Für. Wahrscheinlich. Eine sehr sehr lange Zeit. Was mache ich denn mit dem komischen Ding hier. Das freue mich mal weg. In diese komische Coverkiste. Machen wir es noch schön zu einem normalen. Da haben wir nämlich glaube ich noch welche. So. Und dann tun wir das Kabel hier wieder rein. Das können wir auch ein bisschen wieder rein tun. Die können wir rein tun. Die können wir rein tun. Die Chess brauche ich nicht mehr. Den Cologne brauche ich nicht mehr. Die Hoe. Ja die Hoe. Die Hoe. Was mache ich mit der? Die schmeiße ich einfach da hinten weg. Schmeiße ich die weg. Ja doch. Die kommt weg hier. So. Ich bräuchte mal einen Mülleimer. Oder ich bräuchte mal so ein. Ich könnte ja. Ich könnte ja genau. Ich könnte so einen Hopper bauen. Hier. So einen Hopper. Den ich dann nach unten führe. Und auf so einen Mülldinger. Hier. Das fände ich glaube ich cool. Ich glaube das werde ich mir hier hin bauen. Und die Kiste wollte ich mir umbauen. Aber ich glaube das ganze werden wir dann das nächste mal machen. Und ja. Wir sehen uns dann. Dann. Alles klar. Bis dahin. Bye bye. Euer Sammy. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.